Ja, die letzte Talkshow hat ja allen gesagt, die schon gemerkt haben, dass man sich hier nicht so richtig wohlfühlen kann in dieser jetzigen Welt, in diesem jetzigen Deutschland, hat denen gesagt, ja, das ist ja auch eigentlich gar nicht das richtige Leben. Wir sind ja eigentlich matriarchale Tiere und wahrscheinlich müssen wir auch irgendwann wieder ins Matriarchale zurück, wenn wir überhaupt jemals richtig glücklich werden wollen. Und irgendwie haben ja auch viele jetzt gemerkt, dass man irgendwie so, wie es ist, nicht richtig glücklich sein kann, dass irgendwas schief läuft. Und das ist genau richtig. Für manche war das sicherlich auch erschreckend, weil sie sich ja eingeredet haben, sie lebten schon in der besten aller möglichen Welten. Aber das stimmt leider eben nicht, ja, sondern wir, ja, wir stehen eigentlich vor der Situation, dass der normale Mensch eigentlich, das normale Lebewesen kommt eigentlich gut damit aus, dass es einfach sieht, oberflächlich sieht. Aha, da ist die Sonne, die wandert so irgendwie um die Erde rum. Das reicht uns doch. Das reicht doch jedem Lebewesen. Mehr braucht es doch nicht zu wissen. Und die Evolution hat viele, viele, hunderte von Millionen Jahren funktioniert, einwandfrei, ohne dass man tiefer schauen muss, ohne dass man das Ganze wie mit der Lupe oder mit dem Mikroskop groß aufziehen muss, um zu verstehen, wie es wirklich ist. Das war gar nicht nötig. Es hat alles auch so funktioniert. Aber jetzt haben wir seit 400.000 Jahren ein Problem. Nämlich, dass der Ungelenkte, die Erfindung von ungelenktem Tauschhandel, Markt- und Arbeitsteilung, die Menschheit in eine riesige Krise gestürzt hat. Eine 400.000-jährige Menschheitskrise. Und jetzt leider ist es nötig, entweder wir erdulden diese Krise und erdulden damit den Zustand des Leidens ohne Ende, des Schreckens ohne Ende für die Menschheit auf Dauer. Also auch für ihre Kinder und Enkel und Urenkel und akzeptieren, dass auch die immer weiter leiden werden und schlimmer als jetzt sozusagen. Oder wir sagen, wir ändern was dran, aber dann müssen wir auch bereit sein zu lernen von denen, die mit der Lupe oder dem Mikroskop diese Erde aufgezogen haben und diese Welt aufgezogen haben und dieses Universum aufgezogen haben und dann gesehen haben, nein, also wenn, dann muss man sagen, dass die Erde sich um die Sonne dreht und das erscheint nur so fälschlicherweise, als ob die Sonne um die Erde wandern würde. Weil wir Schwierigkeiten hatten, uns vorzustellen, dass wir ein um die Sonne pendelnder oder kreisender Pendelkreisel sind sozusagen. Pendelnder Kreisel sind der, der vor sich hin kreiselt und deswegen die Illusion erzeugt, dass andere würde um uns kreisen. Schluck Wasser. Also leider und deswegen brauchen wir jetzt Experten, auch wenn wir bei jedem Experten uns immer fragen müssen, wo manipuliert uns der Experte gerade mit seinen, in seinem Kopf sich befindlichen, vorteilbringenden Irrtümern seiner Sparte oder anderer Sparten, die deren vorteilbringende Irrtümer in ihn hineingedrungen sind im Sinne von parasitären Memen oder Killerviren des Geistes. Also in diesem Sinne, also erstmal als erstes bitte hier unten rechts schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche. Also noch einmal, liebe Herren und Damen und Damen und Herren, Sieber, Romberg, Bakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, Wenn Sie eine gute Partei machen wollen, dann müssen Sie kapieren, dass Sie mit den Leuten sprechen müssen, mit den besten Professoren und Experten der Welt, die, die mit der Lupe und dem Mikroskop in der Lage sind, alles aufzuziehen. Denn eine gute Partei, und die sagen Ihnen dann, dass eine gute Partei als Grundvoraussetzung hat, dass sie den Wählern einmal zeigt, wir können was. Wir sind in der Lage, die besten Experten anzuhören, deren Reformvorschläge als gut voneinander unterscheidbare Vorschläge in ein, jetzt muss ich hier hin, in ein Volksentscheidwahlprogramm hineinzuschreiben mit drei bis zehn alternativen Vorschlägen, die sich gut voneinander unterscheiden und womit sie den Wählern signalisieren, dass sie es ernst meinen, dass sie den Wählern die Wahl überlassen in einem ersten Volksentscheid nach der Wahl, sodass nicht sie sich festlegen und damit eine nicht repräsentative Wählerstichprobe, eine einseitige Entscheidung trifft, die nicht sich decken dürfte mit der Entscheidung der repräsentativen Wählerstichprobe, nämlich der Gesamtwählerschaft bei einem Volksentscheid. Und ja, von daher, aber ich fange mal an vorzulesen und Sie haben es ja schon gesehen, es erwarten Sie diese Bilder auch heute neu. Wir werden das Rätsel klären, was hat es auf sich mit dem selbstlosen, selbstauslöschenden Schränken, wo in der letzten Talkshow ja immer wieder drauf eingegangen wurde und die Mutter als Beispiel für angebliches selbstloses Schenken gezeigt wurde und dem Schenken als ganz normales Geschäft, als ganz normales Einkaufen gehen. Also die Leute haben große Schwierigkeiten zu verstehen, dass Schenken eben ein Geschäft wie jedes andere sein kann und sein könnte. Aber das sieht man auch erst, nachdem die besten Wissenschaftler der Erde mit der Lupe oder dem Mikroskop die ganze Situation groß aufgezogen haben und man dann die Details erkennt, die man vorher nicht erkennen konnte. Und in dieser zweiten Nachlese nach der Talkshow, die Talkshows sehen Sie auf Nummer 775, also 775. Unbedingt auch schauen, ja. Also ich lese vor. Auch, und dazu gehe ich nochmal zurück hier auf unser Bild. Zweite Nachlese-Talk mit wir 2020-Mitgliedern. Auch das Schenken Auch das Schenken Auch das Schenken Also das Schenken ist ein Kalkül. Wir haben gute Gene. Gewärt uns eure guten Gene. Und gebt zurück, wenn wir doch mal selber knapp sind, eure Gegengeschenke. Also das Schenken ist ein Kalkül. Wir haben das ja bei den Bonobos oft beschrieben, dass die Bonobos, auch eben eine in der Oberfläche, wenn man oberflächlich guckt, sind Matriarchate, moderne Matriarchate und der Bonoboschenker-Kommunismus, der urmatriarchale, pazifistische Bonoboschenker-Kommunismus, beidermaßen scheinbar egalitäre, also gleichheitsorientierte Gesellschaften, weil es zu keiner offenen Akkumulation kommt von Gütern, Besitz, Geld, Macht und so weiter, Schluckwasser. Aber das ist ja auch alles nicht wichtig. Die Bonobos bereichern sich an etwas, was viel wichtiger ist. Zeit in der Zukunft Und das ist es, wofür quasi heute, wenn jemand Milliarden anhäuft, das ist ja nur ein Hilfsmittel und es wird sich zeigen, wie effizient das Hilfsmittel wird, das zeigt sich nur darin, wie viel Zeit er in der Zukunft hat. Ja und Zeit in der Zukunft haben wir nur dadurch, nämlich, dass hier eine Frau eine Aussackung von sich gestaltet. Man sieht hier die Nabelschnur, also das heißt, Frau und Kind sind eigentlich eine Einheit. Sie sind, das ist eine Aussackung, dieses Kind hier ist eine Aussackung der Mutter, eine Ausstülpung, ein Klon, eine, ja, eine Aussackung der Mutter und ist damit die Mutter. Mit ein paar anderen Genen, die über eine Samenzelle dazugekommen sind. Aber diese Aussackung der Mutter hat noch ein paar Jahre mehr in der Zukunft. Ist die Mutter zum Beispiel 47 Jahre alt, dann hat diese Aussackung noch eine Zukunftszeit von ca. 80 Jahren absolut maximal. Während die Mutter selber mit ihren 47 Jahren... Nein, also diese Aussackung hier hat natürlich dann noch ein Potenzial von maximal 127 Jahren, während die Mutter selber nur noch ein Potenzial von 80 Jahren hat, wenn sie 47 Jahre alt ist. Ein maximales Potenzial. Die höchstmögliche Lebenserwartung ist dann ca. noch 80 Jahre, die die Mutter leben könnte. Aber dieses hier, diese Aussackung, die hat in der Zukunft noch maximal 127 Jahre. Ja, und das heißt, sie greift eigentlich, ist Leben nichts anderes als ein Greifen hinein in die Zukunft hinein. Mit sich selber. Und dann versteht man auch, dass die Mutter und das Kind eine Einheit sind, die auch gar nicht getrennt ist. Wenn man dann künstlich die Nabelschnur durchtrennt, dann wird ja sofort eine neue Nabelschnur hergestellt. Also das Gleiche wie hier, die Nabelschnur verbunden mit der Mutter. Und die Mutter schenkt total egoistisch Nahrung an sich selber über die Nabelschnur. Und jetzt wird das Gleiche weiter getan. Die Mutter schenkt über die Brust, über die Muttermilch Nahrung an sich selber. Denn dieses Kind isst sie selber. Dieses Kind ist nur eine Aussackung und Ausstülpung von sich selber, bei der irgendwie die Aussackungsverbindung gekappt wurde. Aber trotzdem ist es immer noch sie selber. Nur dass sie selber jetzt in zwei Teilen existiert. Und dieser eine Teil hier nochmal, die Nabelschnur, das ist ein Lebewesen und die Nabelschnur. Und der einzige Unterschied ist, dass dieses Kind noch einen kleinen Schub, im Gegensatz zu einem reinen Klon, noch einen kleinen Schub von ein paar wenigen anderen Genen über die Samenzelle des Vaters bekommen hat, sozusagen. Über diesen Weg hier noch ein paar, da eine Samenzelle reingekommen ist mit ein paar Genen. Die meisten Gene dürften identisch sein mit Genen, wie sie auch von der Mutter kommen. Aber die Samenzelle bringt vielleicht noch einige variierende Gene. Und das führt dazu, dass dieses Kind ein bisschen anders ist und damit möglicherweise schlechter oder besser angepasst ist an die Welt als die Mutter selber. Aber im Prinzip ist doch immer noch das hier fast identisch zur Mutter. Und deswegen, wenn sie diesem schenkt, mütterlich, ist das kein selbstloses, sich selbst auslöschendes Schenken, sondern ganz im Gegenteil, ein hoch egoistischer Akt, sich selber zu ernähren. Sie, die Mutter, ernährt sich selber. Und hier wird die Nabelschnur wieder geschlossen, über die Brustwarze zum Mund des Kindes. Das ist die neue Nabelschnur. Und darüber ist das Kind jetzt mit der Mutter wieder nochmal bis zu zehn Jahre verbunden im Naturzustand möglicherweise. Schluckwasser. Wir wissen ja nichts mehr über unseren Naturzustand. Schluckwasser. Alles ist ja durch den bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus denaturiert. Ich lese mal weiter, denn sonst verzettel ich mich hier wieder. Also auch, wir sehen also, schon das mütterliche Schenken ist ein egoistischer Akt, wo es rein um den eigenen Gen-Egoismus geht, einfach darum geht, in der Zukunft zusätzliche Jahre zu gewinnen, sein eigenes Leben zu verlängern in einer Aussackung und Ausstülpung, die wir Kind nennen. Und genauso ist das auch das Schenken, wenn ganze Kommunen, matriarchale Kommunen oder Clans an die anderen schenken, ist das auch ein egoistischer Akt. Das ist nämlich genau das Gleiche, wie wenn ein einzelner Bonobo an die Frauen und Kinder schenkt. Das ist auch ein hoch egoistischer Akt, der nur, auch wieder nur das Ziel hat, seinen eigenen Genen, also sich selber, einfach nur Platz in der, noch, wieder einen Platz oder noch zusätzliche Jahre in die Zukunft hinein zu gewinnen. Ja, der, wo haben wir es denn, der Bonobo-Mann, also was macht der Bonobo-Mann, wo haben wir ihn? Ja, wir müssen wieder, wo ist das Bild? Wir haben hier diesen Bonobo-Mann, den Fegen, das ist der fähigste in der Kommune, das ist der unfähigste Mann in der Kommune, das ist eine, ja, fähige Frau in der Kommune, ja? Und jetzt schenkt dieser Bonobo-Mann an die ganze Kommune einen leckeren Fruchtbaum. Warum? Das ist ein Geschäft, es ist ein hoch egoistischer Akt, genauso wie die Mutterschaft ein hoch egoistischer Akt ist. Und das Stillen und das Schenken der Mutter ein hoch egoistischer Akt ist, wenn man es groß zieht, ja? Und mit der Lupe betrachtet und mit dem Mikroskop betrachtet. Und das bedeutet, dass er erkauft sich durch seinen Schenkakt die Anerkennung und Liebe dieser Frau und all der anderen Frauen in der Kommune. Nehmen wir mal an, das sind die Frauen und Kinder und hier sind noch, hier noch, das sind die Männer der Kommune, ja? Und das sind, der Rest sind Frauen und Kinder, ja? Und in Wirklichkeit sind es deutlich mehr, denn Menschen, ich glaube, Menschen sind geeignet für Kommunengrößen von bis zu 120 Individuen. Wir müssen also uns jetzt jeden mit mehrfach multiplizieren. Also so kleine Kommunen sind unwahrscheinlich, ne? Das ist eine sehr kleine Gruppe hier, also viel zu kleine Gruppe, ja? Ja, und das bedeutet jetzt, dass dieses Geschenk ein egoistischer Akt ist. Er erkauft sich damit die Anerkennung und Liebe der Frauen. Diese lieben ihn mehr, er hat mit ihnen besseren Sex, er hat größere Lusterlebnisse mit ihnen als die anderen Männer, mit denen die Frauen auch Sex haben, aber nicht ganz so lustvoll, nicht ganz so intensiv. Und vor allem gewähren die Körper der Frauen diesem Mann eine größere Chance des Zugangs zu ihren Eizellen als diesem. Und dadurch wird der dann zum Beispiel der Vater des nächsten Kindes von dieser Frau und dieser Frau zum Beispiel und dieser Frau und dieser Frau und nur eine Frau wird von irgendeinem dieser beiden Männer vielleicht befruchtet, die Eizelle, ja? Und dadurch hat dieser Mann drei Aussackungen in die Zukunft hinein gewonnen, weil diese Babys sind er selber genauso, wie sie zugleich auch die jeweilige Mutter sind. Also diese Aussackungen sind zugleich auch seine Aussackungen, weil ja seine Zahmenzelle auch mitbeteiligt ist. Und vor allem kann er nicht mehr Aussackungen gewinnen als diese. Es gibt für ihn keinen Weg, mehr von sich quasi in die Zukunft zu transportieren als diesen Weg. Also ist das der bestmöglichste Weg für ihn, sich in die Zukunft zu bringen? Das berührt übrigens den Punkt, dass die modernen Matriarchate vielleicht ein Problem haben, dadurch, dass ja dort der Onkel die Kinder ernährt und nicht der Vater seine eigenen Kinder ernähren kann, weil ja immer der Onkel die väterlichen, die Onkels die väterlichen Rollen übernehmen, während hier im Urmatriarchat ja quasi die Väter selber ihre väterlichen Rollen übernehmen. Und das kann ein Problem sein, das kann nämlich bedeuten, dass hier die Evolution schneller voranläuft, weil leistungsfähiger Vater beschenkt leistungsfähig, kann sehr gut ernähren, seine genetisch leistungsfähigen eigenen Kinder, ja, und während er in der leistungsfähigen Mann, im modernen Matriarchat quasi seine Nichten und Neffen gut ernährt, sehr gut ernährt, die sind aber nur von ihm nur eine eher weniger bedeutende Aussackung in die Zukunft hinein, weil sie nicht so viel von seinen Genen weiter in die Zukunft tragen. Und vielleicht werden seine eigenen Kinder im Nachbarklan von Onkeln ernährt, die nicht leistungsfähig sind und haben deswegen dann schlechtere Chancen, wieder in die Zukunft hinein lange zu überleben. Und das könnte das Ganze stören, könnte bedeuten, dass das moderne Matriarchat in der Evolutionsgeschwindigkeit schlechter sein könnte als das Urmatriarchat. Und deswegen bleibe ich beim Urmatriarchat, weil das ist das Logischere, weil hier immer ein hochleistungsfähiger Vater seine eigenen Aussackungen hier, die dann hier geboren werden, hier von dieser Mutter und dieser Mutter und von diesen Müttern hier geboren werden, diese Aussackungen, diese vier Aussackungen in die Zukunft hinein, die kann er mit seiner hohen Leistungsfähigkeit auch hochqualitativ ernähren und dadurch werden die einen besonders großen evolutiven Erfolg wieder haben. Und es könnte sein, dass das das einfach effizientere Modell für die gesamte Evolution ist, als dass die Onkel, die jeweiligen Onkel relativ unbedeutendere Aussackungen von sich selber in die Zukunft hinein ernähren. Gut, aber das ist noch etwas unklar. Aber ich war dabei gewesen, dass also der einzelne Schenkakt also hoch egoistisch ist. Wie ist es jetzt, wenn eine ganze Kommune, also wenn diese ganze Kommune die anderen Kommunen hier einige andere Kommunen einlädt und beschenkt? So wie nach dem Motto von der Talkshow, wer hat, der gibt. Jetzt machen sich alle Männer dieser Kommune und alle Frauen dieser Kommune als leistungsfähig bekannt bei den anderen Kommunen, die sie beschenken. Dadurch wächst hier die Anerkennung und die Liebe für alle Mitglieder dieser Kommune. Deswegen öffnen die zum Beispiel gerade besonders die Frauen hier in diesen Kommunen auch wieder den Weg zu den Eizellen für diese Männer dieser Kommune. Das wird also da auch viel Sex geben dann in der Folge dieses Schenkereignisses oder schon während des Schenkereignisses. Und dann werden sehr viele Aussackungen dieser Männer auch in diesen Kommunen gezeugt werden. Also ist das ein rein egoistischer Akt dieser Gruppe und diese Frauen werden Zugang kriegen zu den Genen der besten Männer von diesen Kommunen. Denn diese Frauen wissen ja auch, wer durch Hörensagen, wer von diesen Männern hier die besten Männer sind, die leistungsfähigsten, die größten Schenker sind. Und die haben nämlich einen entsprechenden Ruf sozusagen und dann werden sich die Frauen hier eher in die verlieben, die diesen guten Ruf haben. Dann wird es hier Kinder geben und dann wird vielleicht auch hier von den Männern mit den allerbesten Genen wird auch das eine oder andere Kind dann auch hier stammen. Anstatt von den unfähigeren Männern dieser Kommune werden vielleicht diese Frauen hier dann schwanger werden von den besten Genen hier. Also gewinnen alle durch ihren Schenkakt, gewinnt diese ganze Gruppe wieder Zeit in der Zukunft. Wieder Zeit in der Zukunft in Ausstülpungen hier und gute Gene gewinnt gute Gene und damit wieder gute Chancen für lange Zeiten in die Zukunft hinein, auch hier. Also ist das Schenken des einzelnen Bonobo-Mannes an die gesamte Kommune genauso egoistisch und auf den eigenen Vorteil orientiert, wie das Schenken einer gesamten Kommune an andere Kommunen auch wieder nur auf den eigenen Vorteil hin ausgerichtet ist. Und dann, falls die durch irgendeinen Zufall doch mal in eine gewisse Nahrungsknappheit kämen, dann sind diese auch jetzt dann gestimmt zurückzuschenken. Und dadurch haben alle durch diesen kooperativen Aspekt wieder sozusagen diesen Kooperationsvertrag, der auch in der Annahme des Geschenkes geschlossen wird. Man kennt diesen Satz, ich bin Ihnen was schuldig, dass darin eben auch alle eine insgesamt gesteigerte Überlebenswahrscheinlichkeit in die Zukunft hinein haben. Und nur um das geht es in der Evolution. Heute ist das da, was früher effizient war darin, sich in die Zukunft auszustülpen. Und morgen wird wieder nur das da sein, was es jetzt schafft, sich wieder effizient in die Zukunft hinein zeitlich auszustülpen, als Aussackung in die Zukunft hinein. Und Kinder sind eben diese Aussackung in die Zukunft hinein. Schluck Wasser. Alles andere wird bald schon nicht mehr da sein. Ja, ich lese weiter vor, um in der Reihenfolge zu bleiben. Da kommt noch viel mehr, also seien Sie gespannt. Ich will nur nicht immer die Reihenfolge völlig durcheinander bringen. Also, wir müssen unterscheiden, gesund-egoistisches Schenken versus selbstloses Schenken, wofür die Programme aussterben. Und ich habe lange überlebt, was könnten die, was könnten das für Vorteilbringende, für wen könnten das Vorteilbringende Irrtümer sein? Weil überall schwirrt ja dieses Mem rum vom selbstlosen, nicht-egoistischen Schenken. Für wen könnte das dann denn ein Vorteilbringender Irrtum sein? Denn immer, wenn irgendein Mem parasitär überall rumschwirrt oder ein Killer-Virus des Geistes sich massenhaft ausbreitet oder verbreitet wird mit großem Kraftaufwand und Kostenaufwand, dann ist es wahrscheinlich, dass es irgendwo auch jemanden gibt, der davon einen Vorteil hat. Und da ist mir nochmal klar geworden, dass ja viele Tiere Infantizid betreiben. Und das auch Infantizid besteht oft auch daraus, dass eine Frau, eine Affenfrau zum Beispiel, eine andere Frau, so stresst, dass ihre Leibesfrucht abgeht. Quasi führt die eine Frau eine aggressive Abtreibung bei der anderen Frau durch. Also ein Infantizid in diesem Stadium schon durch. Infantizid, wenn das Kind dann da ist, folgt dann als nächste Handlung. Aber wie, also wir müssen diese Aufforderung zum Selbstlosen, Selbstauslöschenden schenken, als Infantizid verstehen, wobei natürlich derjenige, der inwiefern profitiert, das Lebewesen, das den Infantizid, die Kindstötung durchführt, die aggressive Abtreibung durchführt. Sie gewinnt Platz für eigene Kinder, für eigene Aussackungen in die Zukunft hinein. Nahrungsplätze, Nahrungsräume, Platz allgemein. Denn indem das Andere, indem man den Anderen manipuliert, zu selbstlosem, sich selbst auslöschendem schenken, kann dieser Andere keine eigenen Kinder ernähren oder weniger eigene Kinder ernähren, weil ja die Beschenkten dann weit weg irgendwo Kinder bekommen, zum Beispiel im Rest der Welt, in Afrika, in der dritten Welt oder so. Aber hier vor Ort ist dann Platz, mehr Platz und Raum, selber eigene Aussackungen von sich in die Zukunft hinein, in die Welt zu setzen, also eigene Kinder zu zeugen. Also wenn ein Mann seine Gelder verschenkt ins Ausland, dadurch keine eigene Familie mehr finanzieren kann, wenden sich die Frauen von ihm ab. Und wenn ich dann selber, eben weil ich nicht schenke, nicht selbstlos schenke, dann wenden sich die Frauen mir zu, bekommen von mir Kinder, also Aussackungen auch von mir in die Zukunft hinein. Und dann bin ich ein paar Generationen später noch vertreten, während der, den ich durch meinen Vorteil bringenden Irrtum manipuliert habe zum selbstlosen, selbst auslöschenden Schenken, nicht mehr da ist. Den habe ich getötet, in evolutionären Begriffen gesagt, den habe ich umgebracht. Und das muss man verstehen, dass also die Aufforderung zum Selbstlosen und dieser, dass es so beliebt ist, dass man so dieses selbstlose, selbstaufgebende Schenken so als gut hinstellt und so gut findet, das kommt daher, weil es eben, weil wir alle eine Tendenz haben zum Infantizid, also zum Manipulieren des Anderen, dazu sich selbst auszulöschen und dafür Platz für die eigenen Aussackungen in die Zukunft hinein zu machen. Das muss man verstehen. Ja, ich lese weiter. Man kann es auch nochmal anders formulieren, das genetische Programm, das also sagt, schenke es selbstlos an die dritte Welt und habe, kümmere dich um Mutter Erde und habe ein Weltbewusstsein, der stirbt aus und damit stirbt mit ihm auch dieses Programm aus und übrig bleiben wieder nur gesunde Menschen, im Wesentlichen, die Schenken immer nur als gesund-egoistischen Akt vollziehen. Schluck Wasser. Und das Wesentliche bei den Bonobos ist ja nur, dass sie schenken, weil sie den Umweg über das Akkumulieren von Besitz ja gar nicht brauchen, diesen Ersatzumweg, weil sie kriegen ja ganz direkt, hat ja dieser Bonobo-Mann durch sein Wegschenken den Zugang zu all diesen Eizellen hier, also zu der Aussackung seiner selbst in die Zukunft und da mehr ein Lebewesen ja gar nicht erreichen kann. Denn Besitz anzuhäufen bedeutet ja eben nicht automatisch, dass man mehr Aussackungen in die Zukunft hinein von sich hinterlässt. Viele reiche Menschen hinterlassen ja erstaunlich wenige Kinder und sind damit unheimlich erfolglos in der Evolution, während der, der hier alles verschenkt, eventuell viel erfolgreicher ist, weil er ja dann auch, wenn seine ganze Kommune mit seiner Gesamtleistungsfähigkeit dann auch noch diese Kommunen beschenkt, dann hat er auch noch Aussackungen in die Zukunft hinein in den Frauenkörpern dieser Kommunen ja und in den Kindern, die dort dann entstehen, die sind dann auch eben teilweise seine eigenen Aussackungen in die Zukunft hinein. Schluckwasser. Und wir müssen uns nochmal klar machen, jeder Verwandte ist auch gewissermaßen eine Aussackung von mir selber hinein in die Zukunft hinein, aber natürlich ist das Kind die höchste Stufe und die höchste Form der eigenen Aussackung. Da ist der Eigenanteil von mir selber am größten, während er bei meinen Nichten und Neffen und Cousins und sonstigen immer kleiner wird sozusagen. Das ist ja wissenschaftlich genau untersucht, wie groß die Anteile dann ungefähr sind, wobei das ein bisschen unklar ist, denn genau genommen ist, wenn ein Kind gezeugt wird, viele Gene, die die Samenzelle des Vaters mitbringt, sind ja eigentlich wahrscheinlich identisch mit den Genen, die die Mutter schon in ihrer Eizelle schon da hat sozusagen. Nur wenige Gene und ja auch nur das Y-Chromosom an sich unterscheidet sich ja sozusagen und auf den anderen Chromosomen gibt es dann auch wahrscheinlich nur einige Gene, die bei der Samenzelle etwas unterschiedlich sind zu den Genen, die von der Eizelle herkommen. Also ist das gar nicht so eine große Geschichte. Und umgedreht kann man genauso gut sagen, das, was die Eizelle zu der Samenzelle hinzubringt, sind auch nicht allzu viel andere Gene als die, die die Samenzelle schon von sich aus mitbringt. Nur bezüglich den Mitochondrien und so weiter hat sicherlich das Weibliche ein kleines Übergewicht, aber das ist auch wahrscheinlich nicht so gewaltig. Schluck Wasser. Ich lese weiter. Urmatriarchat Die Männer schenken an ihre eigenen Gene. Ich lasse das mal weg mit diesen 50%, 25%, 12,5% und so weiter. Das ist vielleicht auch etwas zu, ja, vielleicht sogar ein bisschen irreführend. Bleiben wir doch bei diesem Bild der Aussackung, ja. Also noch einmal zurück hier. Bleiben wir bei diesen Aussackungsbildern. Ja, also, wenn ein Bonobo-Mann an die Frauen und Kinder schenkt, schenkt er ja letztendlich, denn die Frauen essen die Früchte, die er ihnen schenkt, den Fruchtbau, wandeln das in Milch um und ernähren seine Aussackung. Ja, also letztendlich ist der Großteil, alles, was er tut, ist eigentlich, er schenkt sich selber. Es ist ein hoch egoistischer Akt, denn alles, was er auch den Frauen schenkt, endet ja in seinen Aussackungen, in den Aussackungen seiner selbst, nämlich in seinen Kindern. Und die Kinder, die schon selbst da zusätzlich auch selber etwas in den Mund stopfen von den Früchten, die kriegen es ja dann ganz direkt. Also ist das ein hoch egoistischer Akt und hat nichts, nicht eine Spur eines selbstlosen, selbst auslöschenden Schenkens, eines selbst vergessenden Schenkens, nichts davon. Ich hoffe, das ist jetzt deutlich geworden. Und da sieht man, wie wichtig es ist, Experten zu hören, die durch die Welt mitgewandert sind mit der großen Lupe und dem großen Mikroskop und mal richtig geschaut haben, was, wenn man das Ganze groß aufzieht, was da wirklich geschieht. Ja? Nämlich Mutter und Kind sind zwar gar keine zwei getrennten Personen, sie sind einfach nur, das Kind ist zugleich paradoxerweise eine Aussackung der Mutter, eine Selbstaussackung der Mutter und zugleich eine Selbstaussackung des Vaters, des genetischen Vaters. Und alles, was die Mutter tut, ist hoch egoistisch. Sie nährt sich selber und der Vater, der die Mutter und das Kind beschenkt, ernährt es am Ende auch nur sich selber, nämlich sich selber in Form seiner eigenen Aussackung in die Zukunft hinein. Eine Ausstülpung seiner selbst in die Zukunft hinein. Schluckwasser. Hier nochmal, da sieht man, das Ganze, wenn man das war größer, wenn das nur ein bisschen breiter wäre, würde man, wenn die Nabelschnur dicker und breiter wäre, dann würde man direkt sehen, das Ganze ist ja nur eine Aussackung der Mutter selber. Mehr ist das ja nicht. Schluckwasser. Man erwägt tausende Wege, von den Superreichen was wegzunehmen. Aber die Sexualitätsunterdrückung wirkt über allem. und verhindert den einzigen realistischen Weg. Der einzige realistische Weg, den Reichen wieder was wegzunehmen, wäre den Reichen wieder Sexualität und Liebe zu geben und sie so zu ihrem natürlichen Schenkermodus zurückzubewegen. Dem Modus des Schenkens zurückzubewegen. Sehen Sie, der Kapitalismus ist so stark mit seiner Unterdrückung der Sexuellen und noch mal, woher kommt denn die Unterdrückung der Sexuellen? Das habe ich schon tausendmal geschildert. Ich mache es zum tausend und ersten Mal. Ja, so, wir haben hier den ersten Frühhändler und der irrt sich und sagt, oh, ist das ekelhaft eurer Geschmuse und eure viele Sexualität und Liebe, ist das ekelhaft widerlich, hört auf damit und so weiter. jetzt unterdrücken die Leute in der Kommune die Sexualität. Dadurch fühlen sich die Männer nicht mehr geliebt und nicht mehr sexuell befriedigt und und alle werden konsumsüchtig und kaufsüchtig und shoppingsüchtig und die Männer zusätzlich noch akkumulationssüchtig oft und besitzzüchtig, machtsüchtig und so weiter und der patriarchale Raubtierkapitalismus entsteht langsam allmählich. Und diese Unterdrückung der Sexualität ist also eines der Hauptmotive und jetzt geht die Schere zwischen Arm und Reich auf und es gibt Extremreiche und Extremarme und jetzt denkt man darüber nach, aber der Kapitalismus verbietet ja darüber nachzudenken über den einzig realistischen Weg, nämlich den Reichen sexuell und liebevoll zu begegnen und so sie wieder zum Schenken zu bewegen, zu ihrem natürlichen Schenkverhalten zu bewegen, damit diese extreme geöffnete Schere zwischen Reich und Arm sich Stück für Stück schließen kann wieder, wie sie so weit schließen kann, wie sie bei den Bonobos oder beim Urmatriarchalen, beim Vollmatriarchat geschlossen sein kann. Da eben der Kapitalismus diesen Weg, nämlich die sexuelle Unterdrückung zu reduzieren, ja nicht bietet und nicht möglich macht, überlegen die Leute die ganze Zeit, wie sie mit gewaltsamen Revolutionen den Reichen was wegnehmen können oder mit einer Umsatzsteuer oder mit allen möglichen Tricks, alle möglichen Marxistoiden Tricks oder marxistischen Tricks werden neu ausgedacht, um eben irgendwie den Reichen wieder was wegzunehmen. Aber die wehren sich natürlich mit allen Mitteln dagegen, denn das einzige Mittel, wo man ihnen was wegnehmen könnte, wo sie sich nicht dagegen wehren, wäre, wenn man sie in die Stimmung versetzen würde zum Schenken. Und das geht nur, indem man den Männern, die Frauen sich den Männern wieder in Liebe, den Reichen wieder in Liebe und sexueller Bereitschaft und sozusagen zuwenden, sodass dann wieder die gleiche Situation geschaffen wird, wie wir sie hier haben in der Bonobo-Situation, in der Bonobo-kommunistischen Situation, da haben wir nämlich diese Situation, dass diese Frau, die leistungsfähige Frau, den leistungsfähigen Mann liebt und ihm in der Liebe den Weg zu ihrer Eizelle öffnet und dann rechnet sich für den Mann auch das Schenken, während wenn sie ihm den Weg zu ihrer Eizelle verschließt, dann rechnet sich sein Schenken nicht und er wird zum Milliardär und zum Akkumulierenden von Milliarden und dann ärgern sich viele wieder darüber, dass es Superreiche gibt. Und dann kommt auch viel Neid auf und so weiter. Und alle wollen den Reichen immer was wegnehmen. Nein, wir müssen den Reichen wie bei jeder Sucht, wenn wir mal die Akkumulationssucht, die Geldsucht und die Machtsucht als Süchte sehen, wir müssen dem Zigarettensüchtigen geben wir Liebe und dann vergisst er die Zigarette. Dem Geldsüchtigen geben wir genauso Liebe und dann fängt er wieder an sein Geld zu schenken an seine Geliebten Kinder und Frauen. Und das ist die einzige Therapie, die funktionieren kann. Aber die verstößt eben gegen das Gebot des Kapitalismus. Sexualität ist schlecht und schmutzig und dreckig und deswegen ist da die Sackgasse und deswegen den Leuten fällt es leichter Reiche totzuschlagen und ihnen das Geld zu rauben als ihnen in Liebe zu begegnen und von ihnen das Geld geschenkt zu bekommen. Weil der Kapitalismus geistig diesen Weg zugemacht hat. Weil diese vorteilbringenden Irrtümer in allen Köpfen drin sind nämlich Sexualität und Vielsexualität ist schmutzig schlecht und böse. Und das ist das zentrale Mem des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus nämlich Sexualität ist böse schlecht und schmutzig. Und jeder Mensch der ein bisschen Selbstwahrnehmung gewonnen hat der weiß dass wir alle im Kapitalismus viel zu wenig Liebe Körperkontakt Zärtlichkeit Wärme und Sexualität haben und das spürt jeder wenn er eine Selbstwahrnehmung hat Schluck Wasser So ich lese weiter vor das mischt sich jetzt mit anderen Kurznachrichten mal klar klar zu sein dass das was sich heute Wissenschaft nennt gar keine Wissenschaft mehr ist sondern Manipulation der Bürger darstellt und und gibt eigentlich im Moment nur noch eine letzte die letzten Mohikaner die eine Instanz der Wissenschaft in der Welt gibt es nur noch den Weltrat und den Next Scientists for Future und da hören sie gerade und auf deren Sender hören sie gerade zu an dem einzigen Ort der Wissenschaft in der Welt denn wenn sie die Arte Sendung gesehen haben dann sind sich klar darüber dass es eigentlich außerhalb des Weltrates außerhalb der Next Scientists for Future eigentlich gar keine Wissenschaft mehr gibt schauen sie sich die Sendung an dann werden sie verstehen was ich sage ja es gibt eben fast überall nur noch Pseudowissenschaft Arte zeigt das Wissenschaft tritt mittlerweile als Wissens verhindere auf als Ablenkungs oder Vertuschungs Forschung die meisten Studien sind Ablenkungs und Vertuschungs Forschung mittlerweile und wie wollen sie da noch unterscheiden wo vielleicht noch eine realistische Studie sein könnte wenn 90 Prozent aller Studien Ablenkungs und Vertuschungs Forschung darstellen und so weiter und der Rest dann noch mal sieben Prozent neun Prozent Studiendesign Fehler sind und und so weiter und dann kommt ja immer noch der ganz normale Wissenschaftsbetrug auch noch dazu und so weiter ja also es gibt keine Wissenschaft mehr außerhalb des Weltrates gibt es sie nicht mehr und der Wunsch nach leistungslosen Einkommen der führte natürlich von Seiten der Pseudowissenschaftler aus zur Idee der Wissenschaftsfreiheit die eigentlich meint eine wissenschaftsnarrenfreiheit nämlich die Möglichkeit ohne Leistung für die Bevölkerung erbringen zu müssen von den Geldern der Bevölkerung leben zu können also von ihnen liebe Wählerinnen Geld beziehen zu können ohne ihnen gegenüber eine messbare Leistung zu bringen und das müssen wir ändern mit unserer Wissenschaftsreform übrigens hat Phoenix in Phoenix hat das hat man das genannt Aknotologie als die neue Wissenschaft davon wie auch Mitwissenschaft Nichtwissen erzeugt wird und Nichtwissenszustände künstlich erhalten werden weil sie für bestimmte Gruppen Vorteile bringend sind also das wie der Begriff Vorteil bringende Irrtum ja und warum geschieht das eben weil reiche Konzerne noch keine Verdienst Zuschüsse beziehungsweise positiven Anreize für die Förderung von Gesundheit Langlebigkeit Wohlfühlen von Kunden Mitarbeitern und Anwohnern bekommen und genau das ist das Problem weil immer noch nicht seit 400.000 Jahren immer noch nicht ich gucke mal hier ob ich das schnell finde hier so auf die Schnelle wo ist es gibt es denn sowas gibt es gar nicht na gut gibt es da drüben dann ich gucke ob ich es hier finde also hier haben wir es hier unsere Homepage nextscientistsforfuture.de da steht alles in einem Satz hier sind die wichtigsten Links und hier ist dieser eine Satz unter den Links Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne starke positive Anreize also weil reiche Konzerne bisher noch keine positiven Anreize zum Beispiel Verdienst Zuschüsse bekommen für die Gesundheit für die Förderung meiner Gesundheit meiner Langlebigkeit und meines Wohlfühlens und das aller anderen ihrer Kunden Mitarbeiter und Anwohner deswegen sind sie daran interessiert dass zum Beispiel niemand erfährt wie gesundheitsschädlich Rauchen und Zucker ist ja möglichst weniger erfahren deswegen finanzieren sie Ablenkungsforschung und Vertuschungsforschung wandeln die Wissenschaft in reine Manipulation um sozusagen und können weiterhin große Profite machen mit Zuckerverkauf und Tabakverkauf Würde man aber positive und daran sieht man Gesellschaft kann einfach nicht funktionieren ohne positive Anreize Würden wir jetzt aber positive Anreize setzen und die Tabakkonzerne und Zuckerkonzerne könnten durch den Verkauf von Zucker und Tabak nichts mehr gewinnen sondern letztendlich nur noch verlieren und würden sich deswegen dann auf gesundheitsförderliche Konsumprodukte umstellen dann hätten wir eine funktionierende Gesellschaft und so haben wir aber nur eine weltweit nicht funktionierende Gesellschaft und damit ist eigentlich alles gesagt ja so dann gehen wir mal wieder weiter hier mit unseren Nachrichten Tariflöhne sind ja eigentlich Mindestlöhne das ist nur eine Spielart der Mindestlöhne und wenn Professor Hans-Werner Sinn richtig sagt dass Mindestlöhne sofort abgeschafft gehören denn wenn sie auch nur ein bisschen zu hoch sind ruinieren sie eine Volkswirtschaft insgesamt völlig und auch wenn sie schon auch niedrige Mindestlöhne sind also die Idee des Mindestlohns ist ein vorteilbringender Irrtum das sage ich jetzt für die Sozialspartler weil die Mindestlöhne führen dazu dass viele Leute nicht in Arbeit kommen können weil immer für den Arbeitgeber es bedeutet da ist ein Bewerber der bringt mir pro Stunde ist der 1 Euro weniger wert als der Mindestloh da würde ich also jede Stunde bei diesem Mitarbeiter wenn ich den einstellen würde würde ich da 1 Euro Verlust machen sozusagen und das kann ich mir nicht leisten dann gehe ich nämlich pleite also überlasse ich diesen Menschen als Dauerarbeitslosen den Karrieremöglichkeiten der ihn betreuenden Sozialspartler und insofern sind alle Varianten von Mindestlöhnen zu denen auch die Tariflöhne und damit auch die Gewerkschaften als Ganzes gehören eine schädliche Sache und die Sozialspartler haben uns nur dazu gebracht dass wir sozusagen die unsozialen Mindest- und Tariflöhne mit echter sozialer Politik verwechseln und wir haben uns dazu gebracht den echt soziale Politik betreibenden ehemaligen 68er Professor Hans-Werner Sinn und den Bundeskanzler Gerhard Schröder die beide echte soziale Politik gemacht haben nämlich dafür gesorgt haben dass Millionen von Menschen wieder in Arbeit gekommen sind die dann von den Sozialspartlern wieder beschimpft wird als minderwertige prekäre Arbeitsverhältnisse die die werden also schlecht gemacht obwohl es ganz normale Arbeitsplätze sind werden sie einfach schlecht gemacht und mit schlechten Bedeutungshöfen Konnotationen versehen sozusagen und damit in den Schmutz gezogen und damit werden auch Professor Hans-Werner Sinn und Bundeskanzler Gerhard Schröder mit ihrer Echtlinken und Echtsozialen Politik in den Schmutz gezogen damit eben am Ende mehr Arbeitslose wieder entstehen und dann die Sozialspartler wieder bessere Karrieren haben und das alles läuft nicht bewusst ab sowieso geschehen wir Menschen mehr alle Lebewesen geschehen mehr als dass wir gestalten oder etwas selbst entscheiden wir geschehen mehr wir sind evolutionäre Ereignisse die geschehen und diese Illusion wir werden die großen Gestalter des Lebens und der Welt und der Erde das sind wir gar nicht letztendlich ist auch alles was ich mache ich denke jetzt ich mache jetzt gerade eine Sendung aber ich geschehe gerade ich mache das was in mir programmiert ist in meinen Genen programmiert ist in den Memen programmiert ist in den Wahrheiten und Irrtümern die in meinem Kopf sind und ich hoffe dass es überwiegend Wahrheiten sind ich bin ziemlich sicher jedenfalls viel mehr als bei anderen Menschen und ich geschehe gerade ich mache nicht ich geschehe ich habe zwar die Illusion zu machen aber ich geschehe es geschieht in mir es geschieht Sigmund Freud hätte gesagt das es es geschieht in mir ja und diese Illusion dass ich was machen würde ist zum großen Teil Illusion ja 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 und dann hat diese Sendung von Arta auch noch die Aussage mit erbracht zum Beispiel bei Bisphenol A da kann es paradox sein dass da sogar die je geringer die Dosis dieses Hormons oder dieses Stoffes ist desto größer die Schädigung ja sodass dann die gesamte alte pseudowissenschaftliche Toxikologie gar nicht mehr zutrifft nämlich dass man versucht ja immer den Leuten einzureden nur die Dosis macht das Gift und alles unter einer bestimmten Dosis sei ungiftig und erst über einer bestimmten Dosis sei es giftig es kann sogar also genau umgedreht sein je kleiner die Dosis desto giftiger und das hat dann wieder die Ablenkungsforschung vertuscht die im Auftrag der Konzerne gemacht wurde die bis von von 0 A also mit einem Hormon mit einem Östrogen Hormon oder so im Kunststoff ganz viele Milliarden Geld verdienen ja Schluck Wasser also sie merken es gibt keine Wissenschaft mehr außerhalb von Weltrat und Next Scientists for Future weil überall werden sie in die Irre geführt ich habe schon seit Jahrzehnten sage ich schon den wahrheitsorientierten Satz ein Gift ist ein Gift ist ein Gift nicht die Dosis macht das Gift das ist alles schon Vertuschungsforschung und ist alles schon Vertuschungsversuch Ablenkungsversuch und so weiter diese ganzen Gifte müssen raus aus uns und aus unserer Nahrung und so weiter ja und dann wieder ein anderer Aspekt hinter vielen NGOs stecken nicht nur die Geschäftsführer sondern oft auch Konzerne das ist doch auch mal wieder eine interessante Information das kam glaube ich auch aus der Arte Sendung also hinter vielen NGOs ich habe ja gesagt in NGOs verbreiten die vorteilbringenden Irrtümer ihrer Geschäftsführer die auf diesem Wege über Spenden Erbettelei an die Gelder von ihnen liebe Wählerinnen kommen und sie abkassieren mit dem Hinweis auf seien sie doch kein Unmensch spenden sie doch für die Hungernden in Afrika oder für die armen Eisbären oder für irgendwas für die Tiere die Erde die Mutter Erde und sonst etwas ja aber oft stecken da auch direkt hinter NGOs können auch direkt Konzerne stecken die sie nur noch besser abzocken wollen ja und und so weiter und die also mit den Geschäftsführern gemeinsame Sache machen oder eben am gleichen Strick ziehen am gleichen Strang ziehen und dann gibt es bei der Arte Sendung noch den Begriff der ungetanen Forschung ja wenn da bestimmte Forschung ja keinen Profit bringt wird sie nicht gemacht in unseren Universitäten und so weiter und weil es dann keine externen Gelder dafür gibt und so weiter und deswegen musste es eben den Weltrat und die Next Scientists for Future geben damit es eine echte letzte Bastion der echter Wissenschaft noch geben kann in der Welt und dafür garantiere ich dass das auch so bleibt mit diesem Weltrat der ist unkorrumbierbar der ist unkäuflich der ist durch nichts beeinflussbar außer durch neue Wahrheiten aber das da muss jemand das ist schwer uns zu überzeugen und man kann uns nicht mit irgendwelchen Taschenspielertricks reinlegen wie die meisten Pseudowissenschaftler die sind ja leicht reinlegbar ja und dann dieses Konzept auch in der Talkshow von Bottom Up da steckt schwingt sowas mit wie so eine Tendenz die einer Vernachlässigung der der 50 Jahre der Erfahrung der Top Experten ja Vorsicht also Vorsicht Schwarm Dummheit ja also noch einmal wenn die Bonobos und das haben sie nicht aber wenn die Bonobos zufällig Top Experten hätten die 50 Jahre Wissenschaft an der Universität gemacht hätten wo sie sich über Sozialsystem Steuerung für Bonobos Gedanken gemacht hätten für Staats oder Kommunen Steuerung für Bonobos Gedanken gemacht hätten dann würden die Bonobos Bonobos nicht so blöd auf diese Erfahrung und die Investition in dieses Wissen hinein auf dieses Wissen dann zu verzichten indem sie sagen wir richten uns nur sprechen mit mit den ungebildeten Bonobos nein in diese botten ab da steckt eben wieder so ein vorteilbringende Irrtum also auf jeden Fall ist das wieder ein Irrtums Gebäude so ja die einfachen Leute sind die wahren klugen und die die natürlich ist da was wahres dran viele Experten sind nichts anderes als Träger von vorteilbringenden Irrtümern und das macht sie auch gefährlich aber trotzdem gibt es gute Experten die quasi kaum vorteilbringende Irrtümer in ihren Köpfen tragen sondern viele Wahrheiten in den Köpfen tragen und der Weltrat ist die Instanz in der Welt der nun mal den höchsten Prozentsatz an Wahrheiten in den Köpfen trägt und den kleinsten Prozentsatz an irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern die von denen wir alle irgendwo vielleicht immer noch ein bisschen infiziert sind sogar im Weltrat und bei den next scientists for future .de aber es geht eben sozusagen trotzdem ist es eine riesen Dummheit auf generell auf die Erfahrung der Top Experten zu verzichten und zum Beispiel auf einen Professor damit wir nicht immer nur uns selber nennen auf den Professor Hans Werner Sinn einfach so zu verzichten ist eben auch nicht besonders klug sondern eher auch eine Riesendummheit damit also sozusagen habe ich ja schon genannt wer eigentlich eine sinnvolle Talkshow wäre zwei Experten Weltrat next scientists for future versus kontra Professor Hans Werner Sinn ja das wäre ein gutes Duell was lehrreich wäre für um daraus wieder eben konkret nochmal die Vorschläge zu kondensieren und rauszuarbeiten die Vorschläge für diese Situation hier für das was eine gute Partei der Zukunft auszeichnet ein Volksentscheid Wahlprogramm ja das hier Professor Hans Werner Sinn hier irgendwo stehen würde hier stehen wir und hier steht die Gemeinwohlökonomie Version Reformvorschlag und so haben wir dann fünf bis zehn drei bis zehn verschiedene Vorschläge zwei bis zehn verschiedene Wahlalternativen und dann dürfen die Wählerinnen im ersten Volksentscheid nach der Wahl selber entscheiden ohne dass die Partei dass die eine Partei sich vorher schon wieder auf eine ungünstige und beklagenswerte Einseitigkeit fixiert hätte auch das ganze Gerede von Bottom Up und Top Down das kann man sich alles sparen jetzt stehen die Neuparteien vor der Wahl machen sie es richtig wie die Frack Partei die nur viel zu klein ist machen es die Basis und wir 2020 richtig öffnen sie sich für die Berücksichtigung die Hereinnahme aller Experten in das Volksentscheid Wahlprogramm das ich eben gezeigt habe oder entscheiden sie sich wieder für die Einseitigkeit bei den Experten und bevorzugen sie zum Beispiel morgen Abend in der Talkshow fixieren sie sich auf antroposophische Experten und grenzen die anthropologischen Experten dem Weltrat aus das ist die Gretchenfrage und anstatt über das das zu fixieren wurde groß rumgeredet von bottom up und top down das brauchen wir alles nicht alles ist irrelevant und morgen Abend muss sich die Basis entscheiden als Partei an der Gretchen Frage fixiert sie sich auf Anthroposophie als Experten oder öffnet sie sich auch für Anthropologie als Experten nämlich für echte naturwissenschaftliche Menschenkunde ja und nicht eine Träumerei über Menschen und nimmt sie vielleicht auch noch Professor Hans-Werner Sinn dazu ja man braucht ja gar nicht viele Experten wenn man nur wenigstens die Besten auch dabei hat irgendwie muss also eine gute Partei unterscheidet sich in Zukunft von einer schlechten Partei und die gute Partei ist in dem Sinne eine gute Partei weil sie sagt ganz klar sagt wir müssen mindestens die Next Scientist for future berücksichtigen so weise ist die Frack Partei jetzt stellt sich die Frage wie weise sind wir 2020 und die Basis wir 2020 de da war ein Orga Team so weise und hat gesagt mindestens müssen wir die Next Scientist for future berücksichtigen und einzelne Mitglieder von wir 2020 EU sind auch so weise dass sie sagen mindestens müssen wir auch als einen von mehreren Experten die Next Scientist for future hören und anhören und berücksichtigen und in der Basis wird sich am Freitag zeigen ob da jemand die Entscheidung trifft nämlich zum Beispiel der Landesvorsitzende die Entscheidung trifft dass es im Sinne der Basis Demokratie ist dass man eben als zusätzlichen Experten auch die Anthropologen der Next Scientist for future dazu mit reinzieht und dann kann man sich das ganze Gerede von Bottom up und Top down und so weiter völlig sparen denn genau das geschieht an dieser Stelle entscheidet sich alles genau an dieser Stelle zum Beispiel morgen Abend entscheidet sich alles ja wieder Matriarchat wir können nicht ausschließen dass die modernen Matriarchate auch kaputt gehen weil die Väter nicht ihre eigenen Kinder füttern sondern ihre Nichten und Neffen und das ist möglicherweise die Evolution eher störend und das habe ich schon vorhin angesprochen lassen wir das mal als offene Frage ist es schädlich bringt es in der Evolution einen Vorteil wenn die Situation so konstelliert ist dass die Väter ihre eigenen direkten Aussackungen ihre eigenen Kinder direkt füttern ist das vorteilhafter als wenn andere ihre eigenen ihre Kinder füttern nämlich die Brüder der Mutter die Kinder füttern und das halte ich für möglich dass das ich habe das glaube ich irgendwann schon mal durchgerechnet vor Jahrzehnten dass das urmatriarchale deswegen auch das effizientere Modell ist und das überlebensfähigere Modell ist aber ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen wie ich das damals berechnet habe aber gut lassen wir diese Frage einfach offen aber trotzdem neige ich dazu nur urmatriarchat ist ein echtes Erfolgsmodell ja und dann nochmal zur Frau Dr. Heide Göttner Abendroth der Homo Donans ist ein Homo Egoistikus ja und der echte Homo Donans also der schenkende Mensch ist ein egoistischer Mensch wenn es richtig geschieht der Mensch der ein Opfer eines vorteilbringenden Irrtums eines zum Beispiel eines infantizidal wirkenden also eines kindstötenden Organismus ist eines abtreibenden Organismus der ist dann eigentlich nur ein Opfer eines Manipulators der ihn dahin manipuliert hat zu einem selbstlosen selbst vergessenden selbst auslöschenden schenken und das liegt aber unheimlich nah weil diese vorteilbringenden Irrtümer ja überall in der Gesellschaft rumschmirren und man greift sie so leicht auf weil sie so gut klingen ja und ich hoffe dass ich jetzt deutlich gemacht habe durch dieses größer ziehen mit der Lupe und mit dem Mikroskop dass wir genau unterscheiden müssen ob wir dass wir nicht reinfallen auf die Manipulation Richtung selbstloses selbst vergessendes selbst auslöschendes schenken und dass wir das streng und dass wir auch aufpassen dass wir selbst nicht zum Abtreiber werden zum Kindstöter werden indem wir andere hineinmanipulieren in die Selbstauslöschung hinein sondern dass wir die Wahrheit sagen nämlich dass jeder Mensch am besten tut wenn er ausschließlich egoistisch schenkt schenken ja aber bitte egoistisch das ist der Kernsatz schenken ja aber bitte egoistisch und das schreibe ich mir jetzt gleich auf ja das schreibe ich direkt hier auf die auf eine Rückseite und zwar ganz groß schenken ja bitte ja bitte aber nur egoistisch das ist der neue Kernsatz zumindest wenn man solchen Leuten wie Herrn Wagner und Frau Göttner Dr. Göttner Abendrot und ihrer Vorstellung vom Schenken begegnet ja und dazu ist ganz wichtig auch alle Vogeleltern um das nochmal zu sagen sind ausschließlich egoistische Schenker da ist kein selbstloses selbstvergessendes selbstauslöschendes Schenken sondern es ist purer Egoismus Schluck Wasser die Aussackung läuft da über den Weg das Eis aber letztendlich sind die Kinder die aus den Eiern schlüpfen nichts anderes als Aussackungen der Eltern in die Zukunft hinein Schluck Wasser stellen wir uns das vor wie so eine Amöbe als würde die Amöbe ein Stück von sich aus abschnüren und das wäre dann scheingetrennt aber eigentlich ist es immer noch die gleiche Amöbe das ist das Wesen des Kinderkriegens die Matriarchate haben eben bisher keine Experten bei uns gibt es sie und es wurde viel Geld und viel Ressourcen hinein investiert dass es sie gibt und es wäre jetzt doch dumm die nicht zu nutzen aus einer Leistungsfeindlichkeit heraus das wäre ein Riesenfehler und den wollen wir doch nicht begehen und deswegen muss eine gute Partei selbstverständlich auch Experten nutzen auch wenn sie immer wieder sich die Frage stellen muss welche vorteilbringenden Irrtümer welcher Spaten tragen diese Experten eventuell mit sich weswegen sie nicht nur Wahrheiten liefern sondern eventuell auch Irrtümer liefern diese Frage muss man sich natürlich immer stellen bei jedem Experten mit dem man zu tun hat deswegen ist auch nur die geringste Form an Wissenschaftshörigkeit immer grundsätzlich falsch wir empfehlen diese Hörigkeit gegenüber Wissenschaft ja noch nicht einmal gegenüber dem Weltrat und den Next Scientists for Future weil es ja nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist dass bei uns auch immer noch der eine oder andere vorteilbringende Irrtum mitgeschleppt werden könnte und Herr Wagner hat es ganz richtig gesagt von der Schenker Bewegung ich freue mich immer wenn mir einer jemand sagt wie ich es besser machen kann ich freue mich immer wenn jemand seriöses anruft und sagt ich glaube da tragen sie noch einen vorteilbringenden Irrtum im Kopf und deswegen weil ich als Wissenschaftler oder sonst wie die Welt mit der Lupe und dem Mikroskop aufgezogen habe und entdeckt habe die Sache ist so und so und das haben sie noch nicht gesehen und das zeige ich ihnen jetzt und dann sehen sie das und dann geben sie ihren vorteilbringenden Irrtum auf aber dummerweise bis jetzt haben Wender nur Leute angerufen die also begeistert von uns waren oder es hat mal zum Beispiel ich erinnere mich an eine Frau angerufen und wollte uns ihr wollte uns erläutern warum sie die richtige neue Diktatorin für Deutschland ist und so weiter also so war glaube ich aus dem Reichsbürgerumfeld warum sie die neue richtige Königung für Deutschland oder Kaiserin von Deutschland wäre und da kann ich nicht erkennen dass sie mich überzeugt dass sie mir neue Wahrheiten liefert und vor allem ist sie damit nicht in der Lage gewesen mir klar zu machen dass ich selber einem vorteilbringenden Irrtum unterliegen würde ich bin dann musste dann resümieren dass diese Frau selber gewaltigen vorteil infiziert ist von lauter Irrtümern vorteilbringenden Irrtümern ein bestimmter Spaten und das war dann uninteressant aber ich bin immer wir sind immer erreichbar das Telefon ist jetzt gerade stumm gestellt aber nach der Sendung wieder offen Homo Homo Donans ist gleich Homo Egoistikus ist gleich Mutter also die Mutter ist ein Homo Egoistikus und zugleich ein Homo Donans denn sie beschenkt sich selber wie habe ich vorhin geschrieben schenken ja bitte aber nur egoistisch an sich selber ich schreibe noch dazu in Klammern im Wesentlichen an sich selber ja oder an sich selber denn auch wenn sie schenken zum Beispiel bei den Löwen Löwen Elefanten in einer Arte Sendung die ich noch nicht empfehlen konnte dass die der Sender News und Talks in die Playlist rein tut weil die ganz frisch gesendet wurde bei Arte auf dem Fernsehsender Arte das gibt es bestimmt in der Mediathek irgendwo schon ich weiß nicht ob es es schon auf YouTube gibt aber da wurde also das Matriarchale geschildert bei Löwinnen und also Löwen die Königinnen der Savanne bei den Löwen bei den Elefanten und bei den Pavianen also schenken ja bitte aber nur egoistisch an sich selber schenken denn was die Löwinnen dort machen indem sie zum Beispiel auch die Kinder ihrer Schwestern oder Verwandten Weibchen saugen lassen das hat etwas Kooperatives damit beschenken sie sich nämlich selber wenn nämlich sie selber dann mal zu wenig Milch für ihre eigenen Kinder haben dann lassen sich auch die anderen Löwinnen erbarmen diese Kinder mit zu säugen und das ist so ähnlich erinnert mich wieder an die Kooperativität der Fledermäuse die wenn sie zum Beispiel die Vampir Fledermäuse wenn es ihnen nicht gelang Blut zu saugen und sie kurz vorm Verhungern stehen dann geben ihnen die anderen Fledermäuse in kooperativer Weise etwas von ihrem Blut ab sozusagen und schützen sie dadurch vor dem Verhungern und beim nächsten Mal ist es umgedreht das heißt wir haben zwei Dinge erstens haben wir in einer solchen Fledermaus und Löwenkultur erstens die Tatsache dass alle miteinander auch oft sehr eng verwandt sind und damit auch Aussackungen seiner selbst in die Zukunft sind sodass also auch schon jedes kooperative quasi Schenken schon ein egoistischer Akt ist weil er auch eigene Aussackungen in die Zukunft hinein betrifft insgesamt und stellen sich vor ich sterbe so eine Fledermaus knallt morgen vor ein Auto aber die die sie mit ihrem Blut gefüttert hat und die ihre eigenen Gene trägt und teilweise eine Aussackung ihrer selber ist durch Verwandtschaft die überlebt und dann überlebt sie wenigstens in dieser Aussackung noch weiter wenn sie sonst wenn sie nicht kooperiert hätte dann tot wäre ausgestorben wäre als in dem Moment wo sie vor das Auto kracht also das heißt Kooperation ist ein durch und durch egoistischer Akt wo es um den eigenen Vorteil geht und genauso und insofern ist jedes schenken sei es in der Kooperation sei es als Mutter sei es in der Verwandtschafts Kooperation alles ist rein egoistischer Akt und so soll es auch sein und alles andere zu allem anderen zu dem man Menschen rät ist quasi ein Versuch die anderen zu töten letztendlich evolutionär zum Aussterben zu bringen nämlich zur Selbstauslöschung und das können wir nicht gut heißen Schluck Wasser Ja Also noch einmal dieser Satz Mütter Mutter ist gleich homo egoisticus ist gleich höchst egoistisch ist gleich homo donans Ja Der egoistisch schenkende Mensch ist das was im Matriarchalen gelebt wird und das ist ein mögliches Zielbild aber niemals ist es ein mögliches Zielbild eine Kultur der selbstlos selbst vergessend selbst auslöschenden schenkenden denn die sind in Kürze ausgelöscht und sind nicht mehr existent Ja Und das ist ein vorteilbringender Irrtum das ist also das mit dem Aufforderung zur selbst auslöschenden zum selbst auslöschenden schenken ist letztendlich ein Manipulationsversuch ich wiederhole es immer noch mal weil das ist ja frisch neu für Sie als Zuhörer in diesem Studiengang hier sozusagen in dieser Vorlesung heute ist ein Manipulationsversuch in Richtung des selbstlosen unegoistischen Schenkens ja und solche Manipulationsversuche wie gesagt können wir nicht befürworten daraus resultiert keine gesunde glückliche Gesellschaft wir wollen eine Gesellschaft ohne solche Manipulationsversuche durch bestimmte vorteilbringende Irrtümer ja also schenken ohne auf Gegenleistung zu schielen ist unnatürlich und pathologisch nur schenken das auch immer auf Gegenleistung schielt ist gutes schenken ja also zum Beispiel wenn man wie Herr Wagner dazu auffordert die Stimmen der Kinder der Zukunft zu berücksichtigen ist wie das ist wieder eine Aufforderung da ist er Opfer eines vorteilbringenden Irrtums irgendeiner Sparte der er selber gar nicht angehört aber irgendwie doch die Theologen Sparte hat sehr viele solche vorteilbringende Irrtümer im Kopf nämlich so nach der selbstlosen Nächstenliebe ja also eigentlich die dann übergerutscht ist in so eine Vorstellung einer selbstlosen fernsten Liebe und auch die Kinder der Zukunft sind ja sehr fern ja da geht es also immer also quasi eigentlich war ja nur die Rede von Nächstenliebe ja und die nächsten Verwandten zu lieben ist ja ein hoch egoistisches Schenken ja aber bei vielen Theologen ist das eben auch rübergerutscht in ein übermoralisches Fernstenliebe Konzept ja und davon ist wohl auch Herr Wagner von infiziert weil es das in der Zunft der Theologen sehr häufig gibt dass die rübergerutscht sind in die Fernstenliebe statt in die Nächstenliebe ja Nächstenliebe also egoistisches Schenken an Verwandte ja oder in Kooperationen und damit egoistisches Schenken ja aber selbstloses im Sinne Schenken im Sinne einer Fernstenliebe nein danke ja das wäre wieder so der Satz ja der Fehler ja es wiederholt sich jetzt manches aber da es so neu ist für Sie als Studenten sozusagen hier an der Universität des Weltrates und der Next Scientist zur Future muss ich es wiederholen denn Sie können das gar nicht oft genug hören der Fehler des Bottom Up Denkens und Top Down Denkens Kritik am Top Down Prozess und so weiter ist ja alles richtig aber alles unnötig der Fehler an dem Ganzen ist dass man zu sehr das Rad neu erfinden will man will man will warten bis die Bürger von unten her von unten her also vom Bottom her von unten nach oben das Rad neu erfinden und dabei wirft man einfach die Experten in den Mülleimer und macht so alles extrem ineffizient und das wollen wir doch nicht sein wir wollen doch nicht ineffizient sein beim Aufbau der neuen Gesellschaft wollen doch nicht mit einer Feindlichkeit gegenüber Top Experten herangehen an die Sache sondern sie nutzen und dabei halt immer nur vorsichtig sein wo schleppen diese Top Experten neben vielen Wahrheiten auch eventuell einige vorteilbringende Irrtümer mit sich ja muss man bei Experten immer aufpassen man darf also niemals eine Wissenschaftsdiktatur oder gar eine Expertendiktatur im platonischen Sinne eine Philosophendiktatur ist immer falsch das letzte Wort müssen am Ende immer sie haben liebe Wähler innen maximale Effizienz bietet nur alle Argumente auch alle Experten hören als Vorschlags alternativen in die Volksentscheid Wahlprogramme eintragen und ich zeige es nochmal weil es so unendlich wichtig ist dieses Bild ja und ich zeige es nochmal hier hier ich zeige es nochmal hier hier wo ist es ja hier letzter Link hier von den ersten vier Links ich zeige es nochmal weil es so schön ist ist nicht schön aber selten ja hier ich rücke das richtig jetzt müssen sie es sehen können alles also Vorschlag 12345 hier Vorschlag 123 Gesundheitsreform ja das ist ein erster Anfangsentwurf für einen Volksentscheid und daran sollte in Zukunft an diesem Vorentwurf und Anfangsentwurf sollte jede gute Partei der Zukunft kontinuierlich arbeiten denn nur dann wird sie eine gute Partei werden können ich rücke es mal noch ein bisschen mehr so ja ja also dass man am Ende circa in einem Volksentscheid immer zwei bis zehn sich unterscheidende im Wesentlichen unterscheidende Volksentscheide hat und ich habe ja dann geschildert wenn dann der Volksentscheid einen Sieger gebracht hat dann könnte man den auch noch mal in zehn Varianten zerlegen und aufteilen die sich noch mal nennenswert voneinander unterscheiden und dann noch mal die Wähler letztmalig zum Beispiel abstimmen lassen man kann das natürlich noch beliebig oft tun aber dann würde es sich ja zeitlich doch sehr stark nach hinten verschieben also ich denke wenn man zweimal also einmal noch aufzieht und noch mal größer sichtbar macht und einen Vorschlag dann noch mal in zehn Varianten zerlegt oder in maximal zehn Varianten verlegt und darüber die Bürger noch mal abstimmen lässt das reicht dann aus sozusagen denke ich für alle praktischen Zwecke also noch einmal wir müssen Schenken betrachten als ganz normales Geschäft in der Evolution Schenken ist nichts Heiliges ist nichts Selbstloses ist nichts Religiöses ist ein ganz normales Geschenkgeschäft ein kooperatives Schenkgeschäft Schenken ist ein kooperativer Akt ein Geschäft und das Schenkgeschäft der Bonobos ja wenn man das so moralisch formuliert wer hat der gibt sozusagen dann steckt da so drin wiederum diese Forderung an andere gefälligst selbstlos zu schenken ja also die Frau hat dann auch gesagt Umverteilung von oben nach unten immer wieder der Wunsch den Männern was den reichen Männern was wegzunehmen anstatt die Männer mit Liebe zu überschütten mit Liebe zu überschütten eigentlich ist das ein vorteilbringender Irrtum der Waffenindustrie der Waffenkonzerne ja denn wenn ich dazu neige Männer reiche Männer zu hassen und die Leute aufzuhetzen davon denen was wegzunehmen dann entsteht ein Bürgerkrieg den wir Revolution nennen in dem werden Waffen konsumiert viele Leute viele Patronen verschossen ja und viele Leute erschossen und so weiter und der einzige der daran verdient ist die Waffenindustrie also ist das ein vorteilbringender Irrtum für die Waffenindustrie und diesen vorteilbringenden Irrtum zu verlassen würde gehen durch das wahrheitsorientierte Mem Memory Verhalten steuernder Gedächtnisinhalt Mem durch das vorteil das wahrheitsorientierte Mem überschütte die reichen Männer mit Liebe und bringe sie wieder zum Schenken und dann ist das Problem gelöst ja dabei ist wer hat der gibt ein gen-egoistisches Geschäft ja also das habe ich ja vorhin an den Kommunen gezeigt an den Clans gezeigt die großzügige Gastgeberrolle führt zu mehr Anerkennung und sexuellen Kontakten und zu Zugang zu hochwertigen Ei- und Samenzellen für alle Beteiligten die als Gastgeber auftreten ja und das ist purer Egoismus und außerdem führt es zu kooperativen zurückgeschenken wenn man selber mal in Not ist und damit erhöht das die eigene Möglichkeit selber sich aussacken zu können hinein in die Zukunft hinein ja Zukunftsblick ja also noch einmal weil es so wichtig ist die 47 jährige Frau ja ich mache nochmal hier diese Bilder das muss nochmal sein ja noch einmal es geht in der gesamten Evolution darum von uns Aussackungen zu produzieren die noch eine längere Zukunftszeit haben als wir selber haben also die nicht so eine kurze halbwerts oder kurze halbwertszeit haben wie wir selber oder so eine kurze zerfallszeit haben wie wir selber sondern einfach noch mehr Zeit für die Zukunft das ist eigentlich ein Weg noch Zeit in die Zukunft zu gewinnen diese Aussackungen und die produzieren dann wieder neue Aussackungen und gewinnen dann wieder Zeit in die Zukunft heraus wieder für uns selber ich vernachlässige jetzt mal die kleinen Mutationen die kleinen genetischen Variationen zu denen es dabei kommt aber im Wesentlichen ist es so dass über den Weg der Kette der Aussackungen in die Zukunft hinein wir weiter existieren manche sagen das ja auch so ich lebe in meinen Kindern und Enkelkindern und Urenkelkindern ja weiter ja im Wesentlichen stimmt das bis auf die kleinen Mutationen und genetischen Variationen die da eine Rolle spielen und dass sich natürlich immer da auch noch ein paar mutierte Gene und andersartige Gene von den jeweiligen Sexualitätspartnern notwendig reinmischen das ist auch gut so dass die sich reinmischen denn das erzeugt dann wieder die Möglichkeit dass dann wieder eine besonders gut in die Welt passende Variante daraus entsteht ja weil wir selber würden vielleicht ja in 300 Jahren gar nicht mehr in die Welt passen aber die Aussackungen mit neuen frischen Genen dabei die passen vielleicht davon passen einige wieder gut in die Welt in 300.000 Jahren und sind darauf wieder gut angepasst und so leben wir dann doch irgendwie weiter auch wenn es eine etwas variierte Variante von uns ist die dann in der Zukunft als Aussackung weiterlebt und weitere neue Aussackungen in die Zukunft hinein produziert ja aber noch einmal formuliert also jetzt stellen wir uns vor die Mutter ist 47 Jahre alt also die 47 jährige Frau hat maximal nur noch 80 Jahre Existenzzeit jetzt macht bekommt sie ein Kind also eine Aussackung von sich selber diese Aussackung da die da schließt sie wieder diesen Aussackungsverbindung über die Brustwarze und den Mund des Kindes kommt es zum Äquivalent zur Nabelschnur ja und sie hat dann jetzt plötzlich 127 Jahre Ausblick in die Zukunft durch diese Aussackung und das ist der Grund ja und deswegen alles was scheinbar aussieht wie ein selbstloses Schenken der Mutter an das Kind ist nichts anderes als dass sie sich selber einfach nochmal neue Jahre in die Zukunft hinaus durch diesen Weg der Aussackung gewährt und es gibt keinen egoistischeren Akt als dieses Jede künstliche Überidealisierung des Mutterseins ist völlig unrealistisch ja und es geht nur um das in der Evolution ja versuchen sie mal sich selber in die Zukunft auszusacken indem sie sagen hier lieber Petrus ich biete die hier mal ich habe hier 300 Milliarden Euro ja ich und sack mich mal gefälligst aus in die Zukunft dann sagt Petrus tut mir leid ich habe gar keinen Einfluss auf das Spiel ich habe gar nichts zu sagen das macht die Evolution alleine aus da hättest du lieber mal dafür sorgen sollen dass du deinen Reichtum verschenkt hättest und dafür noch ein paar mehr Aussackungen in die Zukunft deiner Aussackungen deiner selbst in die Zukunft hinein hinterlassen hättest denn es ist ja so dass viele Milliardäre ja erstaunlich wenige Kinder hinein sozusagen in die Zukunft hinein hinterlassen und zum Beispiel die früher die Sultane mit ihren Harems die haben dann eher hunderte Kinder hinterlassen also die haben viele Aussackungen ihrer selbst in die Zukunft hinein viele Experimente ihrer selbst viele wie sagt man ja viele da ist dann viel Ausschuss dabei aber da sind auch ein paar Treffer dabei ein paar Hauptgewinne dabei und in diesen Hauptgewinnen überleben sie dann weiter in der Zukunft ich lese weiter vor mütterliches schenken ist also reiner purer Egoismus gehen egoistische gehen gehen egoistisches schenken das egoistische gehen in Aktion und damit sind wir wieder bei Richard Dawkins und seiner überlegenen Klugheit weswegen wir ihn bereit wären jederzeit aufzunehmen in den Weltrat wir beziehen uns ja auch auf ihn trotz seiner vielen Irrtümer die er natürlich auch noch im Kopf mit rum trägt ja ja und noch einmal zur Erinnerung auch die Frau Dr. Göttner Abendroth bekam ja von uns statt drei Minuten 28 Minuten bekam also von vornherein 25 extra Minuten Vorsprung und versuchte dann immer wieder auch durch dazwischen reden obwohl sie gar nicht dran war gar nicht aufgerufen war zum reden immer noch mehr extra Minuten für sich zu erhalten und das müssen sie selbst beurteilen wie sie das als Charaktermerkmal einstufen Tariflöhne sind nur eine Spielart des Mindestlohns ein Referat über den Experten Sinn zum Beispiel über die Sendung Thilo Jung Jung und Naiv Professor Hans Werner Sinn als Talk Gast das könnte ein Referat darüber wäre völlig ausreichend um deutlich zu machen dass wenn wir Linke echt soziale Politik machen wollen dass wir dann alle Formen von Mindestlöhnen abschaffen müssen weil sie alle schädlich sind einschließlich aller Tariflöhne und aller Gewerkschaften die Existenz eigener Gene ein Stück weiter in die Zukunft zu verschieben ist das was Mütter total egoistisch und mit ihrem egoistischen Schenken tun ja ja und wie gesagt was mit den Genen macht die Sache noch ein bisschen komplizierter ich bleibe lieber bei dem Bild der Aussackung meiner selbst in die Zukunft hinein ein Kind ist eine Aussackung meiner selbst in die zukünftige Zeit hinein denn sonst die Mutter würde sich wenn das Kind nicht mehr Jahre in der Zukunft vor sich hätte als sie selber würde sie jetzt dieses Kind nicht stillen sondern quasi selber an ihrer eigenen Brust trinken würde sich die Brust selber in den eigenen Mund ziehen sozusagen manche Frauen haben ja Brüste wo das durchaus möglich wäre aber weil das Kind eben den Zugang zu mehr Zeit in der Zukunft hat deswegen schenkt sie lieber diesem Aussackungsteil ihrer selbst die Milch wir müssen unterscheiden die Unterscheidung machen egoistisches schenken und selbstzerstörerisches selbstloses schenken und wir müssen unterscheiden die Unterscheidung machen zwischen Kooperation versus sich ausnutzen lassen ja wir dürfen niemanden in einer Gesellschaft auffordern dazu dass er sich gefälligst ausnutzen lassen soll nein Kooperation also schenken ja aber nur wenn auch zurückgeschenkt wird ja und nicht sich ausnutzen lassen das dürfen wir niemanden empfehlen als Weltexperten ne als letzte Bastion echter Wissenschaft ja die letzte Bastion echter Wissenschaft next scientists for future vom Weltrat ne wenn die Matriarchate Spezialisten für die Clan Steuerung hätten würden sie sie auch nutzen dort herrscht keine Tendenz oder kein die Kompetenzfreien an die Macht so wie es in der Talkshow ja befürwortet wurde so quasi die Kompetenzfreien sind die besseren Menschen stimmt leider nicht natürlich muss man bei den Experten immer die vorteilbringenden Irrtümer im Blick behalten und bei jedem Wissenschaftler sowieso aber es gibt auch fast vorteil Irrtums freie Experten wie die next scientists for future und die muss man halt einfach nutzen wir Lebewesen sind kooperative Wesen nicht uns selbst auslöschende selbstlose Wesen ja jeder darf in religiöser Haltung sich selbst auslöschen durch Selbstlosigkeit oder ich würde sie nennen Überselbstlosigkeit aber man sollte nicht andere zur Selbstauslöschung auffordern oder das in der Politik zur Regel machen Alle Gesellschaften sind nur zum allerkleinsten Teil bewusste geistige Produkte fast alles ist unbewusste Automatik zusammen mit vorteilbringenden Irrtümern ist automatischer stummer evolutionärer Zwang wir sind keine freien bewussten geistigen Wesen wie gesagt ich werde gerade getan obwohl ich vielleicht gerade denke ich mache eine Sendung aber es in mir macht eine Sendung nämlich die evolutionären Prinzipien ich bestehe aus so vielen Genen die mich festlegen und aus so vielen Memen in meinem Kopf Wahrheits Memen und Irrtums Memen und alle die legen ja fest was ich tue und die Gene bestimmen wie gut mein Computer arbeitet und niemand kann was dafür wenn er jetzt das nicht versteht was ich gerade erzähle weil dann ist sein Gehirn einfach zu klein und nicht leistungsfähig genug also alles ist eigentlich vorgegeben aber ich tue halt im Rahmen dessen was vorgegeben ist geschieht halt einfach das was mir als Organismus möglich ist um uns alle die Tür zu öffnen zu einer glücklicheren Zukunft aber es kann sein dass das gar nicht gelingen kann weil dieses Universum generell nicht für Glück geeignet ist weil es immer wieder an den Punkt kommt irgendwann kommt es zu großen Gehirnen die großen Gehirne erfinden den Tauschhandel den Markt und die Arbeitsteilung vergessen dabei die starken positiven Anreize zu setzen und schon geht das Ganze wieder nach hinten los und führt in Richtung Unglück Ja 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 Wir sind keine geistigen Wesen weil es das in diesem Universum gar nicht gibt Wir sind alle völlig unfreie Wesen Wir sind alle letztendlich nur Maschinen Bio Roboter habe ich es genannt die wir folgen alle unseren genetischen Programmen und unseren mimetischen Programmen und mehr können wir nicht tun Wir geschehen mehr als das wir gestalten Also nochmal dieser Satz Wir geschehen mehr als das wir gestalten Und das Geschehen ist halt immer das gleiche dass jedes von uns jedes was geschieht also wir geschehen also ich geschehe und jedes was geschieht hat die Tendenz sich auszusacken in die Zukunft hinein in die zukünftige Zeit hinein und das ist das was geschieht und wir sind eigentlich alle nur geschehen Wir sind eigentlich gar nicht Gestalter unserer selbst sondern wir geschehen eigentlich überall nur Also nochmal dieser Kernsatz dieser Vorlesung heute Wir geschehen mehr als dass wir gestalten Wir sind nur in eine Illusion wenn wir denken wir seien die hohen geistigen Wesen die über allem stehen würden und gestalten würden Wir sind eigentlich unbedeutend Wir geschehen mehr als dass wir gestalten Auch wenn wir uns gerade als gestaltende erleben geschehen wir eher als dass wir gestalten das Nabelschnurbild zeigt ja eben auch ich habe es ja eben noch mal gehabt das Nabelschnurbild hier die beiden Nabelschnurbilder zeigt ja noch mal das hier Mutter und Kind das Kind ist eine Aussockung eine Ausstülpung der Mutter ein Ableger der Mutter ein Klon der Mutter mit einigen anderen Genen die was Spermium da noch eine Rolle spielen gekommen sind das Spermium bringt wahrscheinlich auch viele Gene mit die mit denen der Mutter identisch sind aber sozusagen also im Wesentlichen schenkt die Mutter an sich selber und da das genau umgedreht gilt dass auch die Gene die in der Eizelle auf die Gene in der Samenzelle warten auch ziemlich ähnlich sind denen in der Samenzelle kann man auch sagen das Ungeborene und Neugeborene ist eine Aussackung sowohl des Vaters als auch des Mutters und zwar der leiblichen Väter und der leiblichen Mütter in die Zukunft hinein die Mutter schenkt also an sich selber und auch der Vater schenkt dabei an sich selber und gewinnt damit einige Jahre in die Zukunft hinein und das ist das Wesen der gesamten Evolution das ist das Wesen dieses Universums ja und vielleicht gerät in diesem Universum das Leben immer in diesen Unglückskreis läuft in dem wir uns seit 400.000 Jahren befinden das Stillen ich gehe wieder zurück hier ich gehe erstmal wieder hier zurück das Stillen ist quasi ein Nabelschnur Ersatz oder das Stillen ist die Nabelschnur ist das Äquivalent zur Nabelschnur oder ist die Fortsetzung der Nabelschnur Infantizid also Kindstötung und Abtreibung bei anderen auszulösen und Abgänge bei anderen auszulösen ist für Weibchen und Männchen in der Natur eine wichtige Fähigkeit ja und es ist aber eher als ein Irrtum zu betrachten wenn man heute als Mensch durch die Gesellschaft läuft und andere zum selbstlosen selbstlosen selbstauslöschenden Schenken motiviert das ist nämlich dann nur für andere ein nützlicher also für die Manipulatoren bei der Sache ein nützlicher Infantizid beziehungsweise eine Kindsverhinderung die Platz für eigene Kinder der Manipulateure schafft und so wünschen wir uns doch keine ideale Gesellschaft in der es um solche Manipulationsprozesse vorrangig gehen sollte ja viele Tiere lösen bei anderen den Abgang ihrer Leibesfrucht aus praktizieren also führen also Infantizide durch Anforderung Anforderung oder Aufforderung zum selbstlosen selbstauslöschenden Schenken ist das was eigentlich Infantizid darstellt Kindstötung ja die Masse sieht generell immer nur ein falsches Weltbild also das habe ich glaube ich am Anfang schon gesagt da schließt sich der Kreis die Masse sieht nur die Sonne wandert über die Erde und das reicht auch für alle Alltagszwecke aber nicht wenn wir es wie wir jetzt haben 400.000 Probleme 400.000 Jahre Probleme damit haben dass große Gehirne einfach dazu neigen Tauschhandel Markt und Arbeitsteilung ohne positive Anreize ohne starke positive Anreize zu erfinden und dadurch in Leidensprobleme geraten dann muss man das Ganze groß aufziehen mit der Lupe und wissenschaftlich untersuchen und dann dieses Problem lösen und aus dieser Falle aus dieser Falle der Menschheit wieder rauskommen und das ist gerade was ich hier tue was hier geschieht weil irgendwie bei mir die Gene und die Meme mich in die Lage versetzen genau dieses Geschehen zu tun und wenn es offene Ohren beim Anderen findet manche offene Ohren findet dann geschieht das auch wieder weil bestimmte Gene da sind und weil bestimmte und wenn manche Leute mich nicht verstehen dann geschieht das weil bestimmte Gene so sind und bestimmte Meme so sind dass diese Leute das nicht verstehen können und meistens ist es weil diese anderen Leute einfach nicht ausreichend große Gehirne haben um das zu verstehen von dem was ich rede ja also dieses oberflächliche Weltbild reicht nicht aus wenn Probleme entstehen und das Volksentscheid Wahlprogramm zeigt den Außenstehenden diese Partei kann was sie kann sie ist in der Lage die Vorschläge der besten Experten aufzunehmen und die als sich unterscheidende Expertenvorschläge in die Wahlprogramme hineinkommen und lässt auch den Wählern am Ende die letzte Wahl in Volksentscheiden und das ist eine gute Partei die würde ich wählen aber bis jetzt sind weder die wir bis jetzt würde ich nur die FRAG-Partei wählen aber niemals wir 2020 oder sozusagen am ehesten würde ich wir 2020 DE wählen weil die ja uns als Experten zu wenigstens ein Orga-Team uns richtig genutzt hat als Experten also auch nicht ohne uns weiter vorangehen würde also würde ich dann nur wir 2020 DE wählen aber im Moment im jetzigen Zustand sind für mich wir 2020 EU und die Basis leider noch unwählbar vielleicht wird das ja morgen anders ja nochmal Kernsatz des Ganzen der über allem steht schenken ja bitte aber nur egoistisch also schenken ja bitte aber nur an sich selber das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute Tschüssi bis bald